Mein Name ist Mattia Pellegrini, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Eppern. Ich bin Student, bzw. ich stehe jetzt am Ende meines Studiums und sozusagen am Berufseintritt. Und ich bin jetzt in einem Lebensabschnitt, wo man beginnt, über viele Dinge nachzudenken, unter anderem eben die richtige Berufswahl, die Gründung einer Familie und, und, und. Und ich kandidiere bei den kommenden Landtagswahlen, weil ich mir wie viele andere große Sorgen um die Zukunft unseres Landes mache. Steigende Lebenshaltungskosten, Immobilienpreise, die durch die Decke gehen. Und wenn wir uns ehrlich sind, für junge Leute mäßige Berufsaussichten führen dazu, dass meine Generation eigentlich nicht so optimistisch in die Zukunft blickt. Meiner Ansicht nach müsste man sofort gegensteuern, Maßnahmen ergreifen, damit Südtirol auch für meine Generation und die Generation, die nach uns kommt, lebenswert bleibt. Und ich möchte gemeinsam mit meinen Mitstreitern der Liste Vita dafür arbeiten und die Zukunft Südtirols sichern. Und ich möchte gerne mit meinen Mitstreitern der Liste Vita. STEP1 hmm 10 10